Passen Sie Helligkeit an. Junge! Voll gut. Vielleicht ging das ja besser. Ja, war voll gut. Heller als kacke, dunkler als dicker. Dann sagst du jetzt vielleicht. Ja, dann kennst du es. Kannst du es vergleichen? Ich hab da direkt abgecheckt. Ja. Und dann hat mein... mein Computer im Kopf das alles ausgerechnet. Ah, ok. Weil passieren würde, wenn wir nicht hochstellen. Ja, gut. Du kannst das ja jetzt auch noch ändern. Ja, ich will es jetzt aber gar nicht mehr ändern. Dann lass das Video. Oh, ok. Wie als Story Zocker? Ja, definitiv. Hiroyoku Kobayashi. Grafik sieht schon mal nice aus. Guck mal, das ist viel zu hell. Bisschen Filmcharakter, so der Vorsprach. Haben die Filme-Macher sich bestimmt von einem Spiegel abgemacht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall andersherum. Was ist das denn? Vogel? Das ist ein Kolibri, ne? Ne, das ist kein Kolibri, ne? Sieht eher aus wie ein Raupi oder so. Ich sag der Witzermatsch. Ha! Tja. Ja. Ich mein, wir spielen ja um Razer and Evil, ne? Ja. Und mich. Disney. Ich mein, ich bin Klänger 2, wahrscheinlich das jetzt nur du das verspielen. Ah, da bin ich bestimmt. Scheinbar! Ich muss schnell sieh dich um. Oh, mein Gott. Na ey, die kommen nicht in Teil 5 vor. Die kommen vorher vor. Aber ich als absoluter Resident Evil-Kenner kenne noch nicht mal deren Namen. Das ist traurig. Komm. Es ist noch nicht vorbei. Ah, ich denk mal. Oh, nice. Äh. Na? Tighten Jeans auf jeden Fall. Ja. Ich bin einfach. Ich bin einfach. Ja. Let's take it. Ich bin einfach. Ich bin einfach zurück. Ja. Ja. Jetzt schaut er mit ihm im Kopf so die Tür ein. Ich habe aber echt viel zu tun. Ja, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Erstmal musstest du was leisten und direkt was sagen. Ja, reg dich doch jetzt nicht raus. Das war einfach schlecht von dir gemacht. Ich will auch mal mitspielen. Ja, das sieht so spaßig aus bisher. Oh, das sieht gruselig aus. Das sieht gar nicht gut aus. Auf da. Der hat eine Wumme, würde ich sagen. Aber die brauchen wir ja nicht Wir haben ja ein menschliches Schutzschild dabei Ach, da muss man wieder sagen Beeindruckt das Spiel, grafisch, also schon Guck mal runter, nicht dass da was liegt Schade Warum, ich bin halt so, ich sammle halt immer alles auf in den Levels Es muss hier ein erstes Kind sein, irgendwo Ja Ah, ich werde mich schon irgendwie einigen Einklinken können Drück mal halt Warte Jetzt Nee, ich kann Oder select Nö Irgendwas Ja, guck da mal, wie soll ich jetzt was machen Vielleicht kannst du da rumliegen Was muss ich jetzt machen? Du musst mal finden, um die zu heilen Da Ja, die kennt man doch noch Die stehen überall rum So eine Pflanze, wenn du die gefunden hast, ist direkt gerettet So ein grünes Kraut War das das bessere Grün? Naja, du konntest die ja mixen Grün und Rot konntest du zu dem Mega-Kraut mixen Aber Rot konntest du allein, glaub ich, gar nicht verwenden, ne? Ja Ja Also bei Resident Evil 5 Für die Zuschauer, die nicht zuschauen Für unsere zahlreichen Abonnenten Grün plus grüne Grün plus grüne Grün plus... Ah, jetzt hast du dir Tabletten gebaut Das ist ja praktisch Komm Gib mir Ja Das ist 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 ja Oh Wie ist das? Ich will die und die sind sehen das war es jetzt 8 dessen besoffen der ist nicht besoffen der beschädigte vor Ort wenn da so will man das noch sehen oder da hilft auch keine Aspirin mehr hier wird die Karte auf der Säcke mal dass hier typisch Frauen die Hütze ausschneiden du gehst in da und die steht da oben und sagt ich habe Kopfschmerzen Kien der ist und er hat eine Idee die erste verstehe ich die Dateien verstehe ich nicht aber jetzt kann ich laufen kommen Wie ging das? Bildschirm? Nee. Spiel? Guck mal. Durch. Ah, Untertitel ist jetzt schon mal an, okay. Wenn nicht? Ah, nee. Ja, ja. So. Gamer Tech? Ja, scheiß auf Gamer Tech. Wobei, doch, dann kann man uns unterscheiden. Er ist doch an, ne? Nee, jetzt nicht. Jetzt ist alle. Ja, ist alle. Ach so. Was heißt? Laserfarbe. Scheiß noch Laser. Oh. Okay. Audio.